Man kann ja doch einfliegen. Ich werde jetzt noch das Level machen und ein weiteres, dann werde ich auch die Aufnahme erst am beenden. Oh, hier habe ich letztens einen einzigen übersehen. Das war so ärgerlich. Ich habe es dann erst nicht. Zuerst, das weiß ich ganz genau, ist hier ein Eierlieb. Dann werde ich als erstes jagen. Ich bin ein Eierlieb, hatte ich länger erinnern. Oh, verdrückt! Ich wollte gerade sagen, da hatte ich länger erinnern, aber es fängt gleich genau so an. Ja! Das habe ich für den fast 10 Minuten gebraucht. Ich schieße mich. Da habe ich mir gar nicht klar. Ne! Es gibt sogar schon 10er. 400 gibt es hier. Also das ist wirklich ein großes Level. Wie viele Drachen? Vier. Ist noch okay, das geht noch. Ja, so. Na guck mal hier. Alles voll gekackt mit Gerälen, ey. So. Hier ist auch schon unser erster Drache. Conan! Danke, dass du mich befreit hast. Der hatte eine wunderschöne Stimme. Nein! So. Du noch. Du. Du eigentlich auch. So, 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 so. Alles einsammeln. Da hoch gehe ich jetzt nicht. Denn da oben ist ich noch hin. Wir müssen unten alles töten. So. Hier hoch. So. So. Darüber erstmal. Ja, diese Kisten sind zu nervig. Ich glaube, im zweiten Tag gibt es hier auch schon gar nicht mehr. Haben die alle geschlafen oder haben die alle gemacht? So. 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 Nämlich den habe ich letztmal vergessen zu töten. Und dadurch hatte ich Zwei anscheinend zu wenig. Oderbei war doch mehr als einer. So. Na guck mal. Obwohl er ein Schild hat. Mit Feuer getötet. Muss man nachmachen. Ich brauche was zum töten und zwar dringend, oh, ich will hier das selber aufsammeln, so. Ist ja wirklich nichts, was man töten könnte, na egal, reden wir von Sachen, ja komm, ich lauf gekonnt drumherum, Ivor, müde ey, wir haben es 17 Uhr, bist du der junge Drache, von dem ich schon so viel gehört habe, schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst, wussten wir, was, ach nichts. Okay, als ich noch eine ganz kleine Rauchwolke war, also werden Drachen als Rauchwolke geboren. Interessant, interessant, so was muss man natürlich erst mal wissen, ne, ich hab ja gedacht, Drachen wären als Babydrachen geboren, aber wenn sie mich hier was anderes belehren, ne, dann glaube ich das auch, kann das leben, wenn ich irgendwie eine neue Dibelle geben, umschauen, ich brauche eine Dibelle, oh, ist das nervig, hier hinten habe ich schon wieder eine neue Art von Kiste gesehen, oh, die hätten wohl einen Schlüssel für eine Truhe, den habe ich noch nicht. so, anzünden, Abstand halten, Geld aufnehmen, bei Jouwelen, so, hier unten hätte ich auch noch fast vergessen, guck mal, schon über 200 haben wir schon hier gesammelt, so, genau, sind wir auch schon am Ende des Levels, also ist natürlich einiges und lang, ja, so, so, hier unten hatten wir schon, den Drachen würde ich gerne mitnehmen, Boris, oh, ich nehme schon 50 Minuten auf, kommt mir recht so lange vor, okay, da passt der irgendwie nicht drauf, ja, da hinten hin muss ich entscheiden, ja, so, 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 거기 jetzt 1 hier, jetzt kommt das was man wirklich sehr schwer herausfinden kann das muss man entweder wirklich wissen oder ja ist halt sehr schwer zu finden toller gleitflug spyro ich dachte schon ich würde hier ewig festsitzen mit diesen hässlichen geiern auf meinem kopf die viecher mögen zäh aussehen aber sie sind ziemlich lecker frisch gegrillt mit einer prise salz okay ich finde hier auch dass geier lecker sind hier direkt am anfang des levels gibt es so bestimmt was ich wieder aufpumpen kann ja ja genau so was bitte schon das ganze level ich weckte es irgendwann zweiter da endlich das haben wir auch einen schlüssel bekommen ich dann machen wir hin mach das mal so hier rüber jetzt haben wir auch in die gebelli die alles aufsammelt letztens habe ich probiert von hier aus darüber zu springen bin runtergefallen und gestorben habe ich versucht von hier aus zu springen bin runtergefallen und gestorben ein bisschen auf die idee gekommen bin von dort oben zu springen ich habe schon gedacht hatte schon meine bedenken kann man nicht einfach wieder etwas weiterlaufen wenn die schlüssel reingeht ein bisschen nervig ist wenn er jedes erwarten muss ich habe ich hatte vorher keine playstation 2 und keine kein einzigen spyro teil ich habe es wirklich zu weihnachten jeden einzelnen spyro teil bekommen und eine playstation 2 die playstation 3 kann ich nichts anfangen deswegen habe ich mir die playstation 2 gewünscht manche manche vielleicht manche verstehen das vielleicht nicht aber ich bin zufrieden damit das ist eine wichtige position und jetzt alle umbrennen Ja, ist nur noch der da. Da müssten jetzt 5 drin sein. Wenn da keine 5 drin sind, dann ja. Alle Drachen, jo, raus hier. So, nach Hause. So, 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 so. Okay, vielleicht gleich noch mal hier so ein Leben. Da habe ich mein Leben jetzt. So, ich wollte jetzt da rein. Clifter, Clifter auch. 1300 Juwelen schon, nicht schlecht. Ha, so. Hier waren so ein paar Juwelen, die habe ich richtig lange gesucht. Ich werde es jetzt ausprobieren. Und nein. 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 Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mir voll immer nur die beiden Juwelen holen. Und ich weiß noch ganz genau, dass hier hinter... Da hier, hier hinter auch noch Juwelen sind. Also hinter dem Stein. Es ist nicht schwer, da hinzukommen. So. Boah, da bin ich noch nicht in der Nier runtergefallen. Peinlich. Und dann auch noch. Komm fett, Mama. So. So. Hier kann man auch noch ein bisschen was aufsammeln. Und da auch noch. Und da auch noch. Ich kann auch noch ein bisschen was mitnehmen. Und dann auch noch zwei auf der Brücke. Und dann auch da. Und dann noch das Band. Und Teuerdieb. Und Tod. Und... Ja. Hm? Ja, jetzt nehmen wir das Ei auch auf. Das dauert immer so scheiße lange. Könnt ihr mir drüber aufregen. Und ich hab grad auf der Aufnahme gesehen. Da ist ja letztens ein Versöger. Da hab ich zwei Juwelen übersehen. Vergiss nicht, Spyro. Feuer kann gegen Metall nichts ausrichten. Nimm sie lieber auf die Hörner. Das sollte helfen. Und zwar da hinten, hab ich die gesehen, die beiden. So. Danke, Aufnahme. Och, nö. Diese komischen... Was soll das darstellen? Ninjas? Bauern? Ich weiß nicht. Ich nenne sie einfach mal Ninjas. Weil sie kleine Messer in der Hand haben. Genau deswegen nenne ich sie in der Hand. Wie viel gibt's eigentlich? Ach, und... 400! Das Level ist da oben schon vorbei. Oh, Drecke. Das kann ja eine lange Suchtour werden. Dann kann ich jetzt von hier aus anzünden. Ne, okay. Ich muss aber noch ein Leben. Fast übersehen. Aber bestimmt hab ich ja noch irgendwo irgendwas übersehen. Ich kann nichts ändern, die ich sofort auf Anhieb alles finde. Aber anscheinend... Dann leg ich jetzt nur noch hoch. So. So. Nein! Schubst sie doch nicht runter! Nein! Die nächsten machen die keinen Schaden. Wir schubsten einen nur runter. Das war auch irgendwie unfair. So. So. So, dass sie den Topf anzünden, damit auch Geld rauskommt. Ich werde auch noch ein Pup machen. So. Och Mann! Bauer-Ninja, ey. Nein! Ich sag das zu mal nichts. Oh, nein. Die Musik. Sie geht weg. Nein! Da kommt sie auch schon wieder. Da kommt wieder so ein Bohren, Junge. Bauer-Ninja, stirb! So. So, da ist auch das Geld hier. Abzahnen. Das geht nicht kaputt mit der Rakete, die wir gerade eben gesehen haben. Hier oben ist schon ein Ende. Und wo soll denn hier eine 400 sein? Ja, ganz ruhig. Das ist eine Idee. Okay. So, 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 so. Ach, komm, 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 komm. Kaktus. Geh, lass mich doch durch. Mach. So. Da fehlt aber noch ein Giss, ne? Erstmal. Erstmal auf die ganzen Tsche. Tja. Ist er angesündet? Tja, so. So, und dann hast du hier. Und hier. Und jetzt da oben noch einsammeln. Erstmal auf die ganzen Tscheine. So. Jetzt Farge ist hier hoch. Hm, klappt das? Huh, knapp. Noch einen Drache gibt's, okay. Wow, 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 da war noch einer. Oh, hab ich hier die Wille mehr? Nein! Kommt her, du schreibige Ratte. Ratte! Ratte! So, endlich. So. Kommt her, hier Ratten. So. Ein paar Geier töten. Kann mir auch nicht schaden. Die geben mir ja auch meine Juwelen. Warum sagt ihr immer Geld? Das ist kein Geld. Damit kann ich mich kaufen. So. Und hier noch ein Geier. Nein. Da auch noch. Das war nicht da. Da. Und da noch Geld. Und... Das war's hier oben, oder? Nein! Oh, guck mal. Oh, guck mal. Das macht mich jetzt irgendwie traurig, ne? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Habe ich da gerade hier? Da habe ich richtig gesehen. So. Jetzt reden wir mal mit dem... Mit dem letzten drauf und dem Level. Marco. Du hast den höchsten Punkt in Clifftown erreicht. Von hier aus gelangst du fast überall hin. Und wenn ich du wäre, würde ich den Wirbelsturm da drüben nehmen. So. Erst noch die hier nehmen. Nein, nicht runterfallen. Ist sonst noch irgendwo was? Nö. Nur noch da. Dann fehlen immer noch welche. Ich hoffe, die sind wirklich auch alle dahinter. Und wenn nicht, weiß ich nicht weiter. Bitte, das darf 25 drin sein. Ja. Ja. Fertig. So. Jetzt muss ich noch irgendwie... Oder? Ne. Oder? Soll ich einen längeren Part machen? Nur noch 10 Minuten. 10 Minuten ein Level. Ähm. Ich denke, wer kommt denn jetzt? Was? Ja. Ach ne. Das Level dauert ein bisschen länger. Ne. Dann sage ich jetzt mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Euer Wazer LP. Äh. Eins. Das wird das.